und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück ich habe mal eben nachgeguckt ich möchte mir ihn unbedingt kaufen würde ich aber gerne kann man schummeln wir können nicht schummeln ich habe nämlich gerade nachgeguckt er selber kostet 51.000 und die schaufel dazu weitere 1000 stehe ich natürlich irgendwie in der primis sinne diesmal macht man aber sauber ich bin gerade nämlich schon überlegen ob ich auf den unimog nicht verzichten könnte wenn ich mir den dann anschaffen kann ich finde den träger hier nie ich finde den träger hier aber ich habe ja bis zum ab bis zum ab bis zum ab bis zum ab ich fahre den rest jetzt runter zu den schweinen dann fahren wir den verkaufen ich weiß es kann nicht aber falsch aber er stand am nistlager vorbeigefahren am nistlager wollten wir ja nicht vorbei ich meine ursprünglich wollte ich ja schmeißen der zeug jetzt sind ich muss jetzt hier in die halle ursprünglich wollte ich ja genau ich hab's vergessen was ich sagen heute ok ab zum hof mit dir wann geht dir das sagt gut aus lalala lalala herr holen herr herren herr Ich muss sagen, der Trigger an dieser Sähmaschine ist echt sehr klein. Und so hundertprozentig zufrieden bin ich mit der Arbeit auch nicht von der Maschine. Aber gut, es ist besser wie nix. Soviel steht man fest. Soviel steht man fest. Soviel steht man fest. Dummdi 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 Also für den Winter brauche ich auf jeden Fall Stroh bei den Schweinen Soviel steht fest Slayer 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 mit den zwei anderen stücken mit den zwei längeren stücken habe ich habe ich eine idee ob das funktioniert mit den zwei stücken jetzt so Das war's für heute. Hm, sieht da gar nicht so verkehrt aus. So, du bist angekommen, das ist gut. 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 Könnte ich eigentlich hier auch Könnte ich tatsache hier nicht das ist ja genug kohle habe ich jetzt trotzdem nicht zusammen ist auch doof weil dafür habe ich gerade das fahrzeug verkauft genau die hätte ich gerne hier stehen hmm Ich könnte den Wagen natürlich auch noch verkaufen. Ich hätte ihn wirklich schon sehr gerne, sehr gerne unten bei den Schweinen. Hmm. Hmm. Ja, ich denke, dann werde ich das Auto verkaufen. Jetzt gucke ich mal was. Ich weiß, ich kann hier konfigurieren, aber kann ich hier auch Fahrzeuge reparieren? Hmm. Das ist doof. Ich musste irgendwo reparieren können, die Fahrzeuge. Aber das ist kacke, wenn nicht. Dann gucken wir uns mal an. Oh. Äh. Ja, der geht wohl auch nicht hoch. Ja, der geht wohl auch nicht hoch. Der ist geil. Okay. Ja, der geht wohl auch nicht hoch. Also der ist optisch mal richtig gelungen. So, aber liebe meine lieben Freunde, das war's schon wieder für diese Folge. Ähm. Nicht nur für diese Folge, für diese Aufnahmesession. Ich werde diese Aufnahmesession hier und heute beenden. Oder jetzt beenden. Ich warte nur noch jetzt darauf, dass der Kirovitz, den ich mir eingefügt habe, angekommt. Und dann war's das für heute. Euer Sandmann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.